Ja, hallo ihr Lieben, hier mal Quick and Dirty, Christian Emschelmeier, Partneraporte und Beziehungscoach und diesmal wieder Vlog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute das schöne Thema, können Rebound-Beziehungen klappen, also Beziehungen, die man direkt nach der nächsten anfängt, also zum Trostbeziehung so auf Deutsch. Und genau, es gibt eine Woche lang bis nächsten Freitag noch ein paar Kurse mit 25 Euro Rabatt. Packe ich nochmal kurz hier drunter die Links, also das ist das Modul 1, Olter im Klassiker, der neue Datingkurs für Frauen, Libysche Pro, für die Leute, die schon länger dabei sind und der Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben mit dem Code PILGERN2020. Warum? Machen wir nächstes Wochen. Genau, und genau, ja, also Trostbeziehungen sind Beziehungen, die man direkt nach einer gestarteten Beziehung führt. Und wenn ja gemeinhin gesehen als irgendwie keine gute Idee, würde ich auch sagen, tendenziell, aber ich bin ja nicht der Papst, sage ich mal, tendenziell keine gute Idee, weil man sozusagen eigene Neediness nicht richtig bearbeitet, vielleicht eigene Liebes durch die Anteile nicht richtig bearbeitet, vielleicht in einer neuen Beziehung nicht richtig da ist und so weiter. Aber wissenschaftlich, also zumindest als ich das zuletzt recherchiert habe für mein Buch, lässt sich das nicht belegen, dass sie jetzt per se unglücklicher sind. Also wenn man jetzt wirklich jemanden trifft, der, ja, der, wo es einfach passt irgendwie, das ist jetzt kurz nach einer vielleicht toxischen Beziehung, also was ich für sehr unwahrscheinlich halte, muss ich zugeben, aber, also da sollte man sich nicht drauf verlassen. Also vor allen Dingen, wenn man eine toxische Beziehung hatte, wenn man relativ normale Beziehungen hatte, macht das was anderes sein. Aber natürlich kann man theoretisch einen super Partner nachtreffen, so, wenn man Glück hat oder im richtigen Mindset ist oder die richtigen Schwingungen ausgesandt hat, whatever. Also würde ich sagen, ja, und vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist und, ich meine, muss ich das Leben auch nicht immer super schwer machen, also wenn man wirklich ehrlich ist und sagt, Mensch, ich glaube, ich kann gar nicht richtig drüber weg, aber wenn du mich daten willst, ja, können wir machen, also wenn man das ganz klar kommuniziert, wo man gerade steht, ja, kann das eine Sache sein, ja, die einem vielleicht wirklich Trost gibt, also, ne, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn man wirklich tief im Liebeskummer hängt, ist das echt ultra riskant, wenn man vielleicht gerade schon so ein bisschen drüber weg ist, vor allen Dingen, wenn man so eine richtig toxische Beziehung hatte, wenn man ist voll im Liebeskummer, also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann den nächsten, das sage ich ja in tausend Videos, den nächsten toxischen Partnern zieht, super groß, aber dann weiß man, dass man auch so ein Vorlass, nehmen wir mal, das ist besser, ist vielleicht aber auch irgendwie normaler oder triggert eigentlich so, oder ich weiß nicht was, kann Folgendes passieren, es kann sein, dass man sich so einigermaßen gerade rausgearbeitet hat aus seinem Liebeskummer, es geht einem so einigermaßen besser und dann kommt ein neuer Partner, ist komplett anders, drückt nicht die gleichen Knöpfe, was ja eigentlich was Gutes ist, ähm, dann kann das dazu führen, dass man den Ex noch viel mehr vermisst und nochmal richtig in Schwierigkeiten kommt, ähm, insbesondere, wenn die neue Beziehung dann vielleicht doch nicht so toll ist, oder einen nicht so, also auch nicht so richtig zufrieden macht, muss jetzt auch gar nichts mit gesunden, nicht so gesunden Beziehungen zu tun haben, es ist vielleicht einfach, einfach, man hat einfach nur irgendjemand genommen, es ist, es macht keinen Spaß, es, ähm, ist dann vielleicht für den auch nicht so gut, aber das hat man vielleicht den Griff gekriegt durch Ansprechen, ähm, jeder kann sich ja freinscheiden, aber, ähm, kann es dazu führen, dass man nochmal wieder richtig Liebeskummer bekommt, ne, zum, zum Exo, und, äh, das ist deswegen, also das ist auch ein weiterer Grund, warum man es vielleicht besser lassen sollte und einfach vernünftige Pause machen, äh, sich wieder sammeln, aber, wie gesagt, es sind, es gibt jetzt wenig Regeln, die so wirklich 0,1 sind, ähm, manche sind vielleicht schon nah an 0,1, aber gut, äh, aber diese, äh, also, mein Gott, jeder wuschelt sich irgendwie durch, durchs Leben, und, ja, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Und, ja, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.